Okay, heute rechnen wir mal eine Aufgabe aus der Klausur, nämlich gegeben sei folgende Zahlenfolge 2, 2, minus 6, 18, minus 54 und 162. Und die Aufgabe ist, gib die Zahlenfolge in geschlossener und in rekursiver Form an. So, okay, ihr seid dran, wir legen mal los. Nicht direkt spoilern, genau, vielleicht erstmal ein paar Grundideen reinstreuen, wie beginnt man am besten mit so einer Aufgabe? Wir haben eine Strategie in der Veranstaltung besprochen, vielleicht sind auch einige Studis da, wie fangt ihr mit so einer Aufgabe an? Ja, ich schaue mir gerne die Faktoren an und spiele mit der Folge. Ja, das ist super, genau, mit der Folge spielen ist genau die richtige Einstellung. Und, ähm, ah ja, kommt schon die erste Idee, wenn man da ein Minuszeichen hat, dann muss da eine Minus 1 irgendwo rein. Lokale Veränderungen analysieren von der ersten zur zweiten, genau, sehr gut. Eventuell das Vorzeichen beachten, Nervous Null Pointer, richtig. Lorenz Bung, bitte rekursiven, vielleicht Relationen zwischen 1 und 2, die dann anschauen. Genau, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wir gucken zuerst die rekursive Beschreibung an und dabei die lokale Änderung von einem auf das nächste, ne? T1P5A, danke fürs Folgen, schön, dass du folgst, schön, dass du da bist. Den Faktor zwischen den Zahlen ermitteln, genau. Und zwar mache ich mal das so, wir machen erstmal kurz eine Tabelle, wo wir nochmal reinschreiben, dass wievielte Folgenglied das jeweils ist. Also, pass mal auf, wir machen eine Tabelle, N und A, N, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und noch ein Follow, vielen Dank. 2, minus 6, 18, minus 54 und 162. So, also, A1 ist 2, ne? Hier, ich zeig's mal. A1 ist 2, A2 ist minus 6, A3 ist 18, A4 ist minus 54 und so weiter. Okay, und so weiter und so weiter. So, ja, wir hatten eine Idee, wie geht's denn jetzt hier, wie verändert sich denn die Folge von Folgenglied zu Folgenglied? Also, was passiert denn von der einen zur nächsten Zahl? Ja, du kannst auch gerne in Discord parallel reinschreiben. Ich glaub, ich krieg's nicht hin, in beide Plattformen parallel zu gucken und hier auf drei Bildschirme und so, aber kannst du ja doch mal reinposten. Ah ja, Ali Dewan kommt schon mit. A, N ist gleich A, N minus 1 mal minus 3. Genau. Niki mit K, Faktor minus 3. Sysadmin von Hell, Faktor minus 3. Absolut richtig. Oh, Amy verlässt den Raum. Ich glaub, wir machen hier zu viel Mathe. Na gut, die geht in den Nebenraum. Ich glaub, da fühlt sie sich auch wohl. Da hat sie ein bisschen mehr Ruhe. Na, hier wird zu viel gelabert. Okay, genau. Mal minus 3, ne? Schauen wir uns mal an. Passt mal auf. Gucken wir, ob das stimmt, ne? Also, hier. 2 mal minus 3 ist minus 6. Minus 6 mal 3 ist minus 18 und mal minus 3 ist minus 18. Es ist 18, ne? Alles klar. Also, dadurch, dass ich hier mit einer negativen Zahl multipliziere von Schritt zu Schritt, habe ich ein alternierendes Vorzeichen. So sagt man, ne? Da wechselt das Vorzeichen immer. Auch hier mal minus 3 und mal minus 3. Kann man jetzt nochmal checken, ob das wirklich stimmt, ne? Damit man sicher ist, dass man hier sich nicht irrt. Aber es ist tatsächlich so. Das ist genau die Zahl, die sozusagen die Veränderung von einem auf das nächste Element angibt. Ah, Nervous Nullpoint, der liegt richtig. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich muss gerade mal schauen. Ali Dewan hat auch gleich eine Formel vorgeschlagen für die rekursive Beschreibung. Nämlich, ich schreibe mal hier rekursiv drüber. Ali Dewan schlägt vor, A, N ist gleich, ich gucke nochmal, A, N minus 1 mal minus 3. Ali, genau. Ali, okay, ja super. Gut, sag ich ja Ali. Ist einfacher. Gut, das kann man machen. In der Veranstaltung hatten wir immer die folgende Schreibweise. A, N plus 1 ist gleich A, N mal minus 3. Was letzten Endes das gleiche ist, wenn man so will. Also, der Index besagt ja nur hier das nächste Element und das ist das davor. Genauso hier. Das ist das nächste Element und das ist das vorherige Element. Also, ist egal, ob ich von N minus 1 auf N gehe oder von N auf N plus 1. Das ist wurscht. Kann man beide Varianten nehmen. Ich lasse jetzt mal die zweite stehen, weil wir die in der Veranstaltung besprochen haben. Ali, aber dein ist auch vollkommen richtig, ne? So, ich mache das mal kurz weg. Ich brauche nämlich auch noch ein bisschen Platz, denn das ist noch nicht die rekursive Beschreibung, zumindest nicht die vollständige. Da fehlt noch was. Das ist nur der zweite Teil. Ich brauche noch einen Teil, denn, ja, was passiert jetzt? Wenn ich A5 ausrechnen will, brauche ich A4 und um A4 auszurechnen, brauche ich A3 und um A3 auszurechnen, brauche ich A2 und so weiter und so weiter. Das hört ja nie auf, ne? Wie können wir denn verhindern, dass wir da unendlich bis in die negative Unendlichkeit gehen? Genau, Ali, äh, Niki mit K schreibt A0 gleich 2. Genau, je nachdem, womit man beginnt, ne? Genau, hier Kiox 82, Rekursionserfang A1 gleich 2. Wir haben hier vorne N gleich 1 genannt, ne? Also N1, dann ist A N2. Also bleiben wir vielleicht mal in diesem System. Da muss ich hier hinschreiben, A1 ist gleich 2 als Rekursionsanfang. Genau, Nervous Nullpointer der Basis, weil der Anfang definiert. Man kann natürlich auch, je nachdem, wenn man mit 0 beginnt, dann ist halt A0 gleich 2 und dann kann man auch A N ist gleich A N minus 1 mal minus 3 sagen. Das ist ganz egal. Man muss halt nur irgendwie, ja, in sich konsistent sein mit dem, was man da so aufschreibt. Okay, sehr schön, Leute, ihr habt die rekursive Beschreibung gefunden. Herzlichen Glückwunsch und das ist relativ schnell. So, jetzt ist natürlich so, die rekursive Beschreibung ist relativ aufwendig. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was ist das hundertste Folgenglied, OMG, was muss ich dann machen, na? Ich brauche für A 100 brauche ich A 99 und dafür brauche ich A 98 und dafür brauche ich A 97 und dafür brauche ich A 96 und so weiter. Sehr aufwendig, also, was wir haben wollen, ist die explizite Formel, bei der hinten in der Formel nicht A N steht oder so, also wie in der rekursiven Beschreibung, da brauche ich immer ein Vorgänge-Element und für das wieder das Vorgänge-Element und so weiter, sondern in dem hinteren Teil der Formel muss nur N stehen, N, sodass ich aus der Folgengliednummer N gleich 100, ich will das hundertste Folglied haben, dass ich einfach nur 100 einsetzen muss und sofort das Ergebnis bekomme, ja? So, das ist der schwierigere Teil, die explizite Beschreibung. Rekursiv ist noch relativ einfach, das sieht man direkt, wenn man scharf hinsieht oftmals in der Tabelle, aber wie kriegen wir die explizite Fassung hin? Habt ihr da eine Idee, wie man da systematisch vorgehen kann? Hat jemand eine Idee? Wenn nicht, ja, alles dem Zufall überlassen, auch guter Punkt, ja. Erster Ansatz, A N mit N natürlichen Zahlen ist gleich 2N. Ja, gucken wir mal, 2N, also wenn wir hier bei N gleich 4, müsste ja, wenn man 2N schreibt, müsste ja 2 mal 4 gleich 8 rauskommen, ne? Kommt aber minus 54 raus. Hm. Im Endenschritt wird die minus 3 N mal dran multipliziert, genau. Ja, aber jetzt N mal ran multiplizieren, oder ist es doch N minus 1 mal, oder so weiter? Da kann man sich leicht vertun. Typische Plus-Minus-1-Fehler macht man hier, ne? Deswegen empfehle ich immer folgendes Vorgehen, passt mal auf. Man hat ja schon die rekursive Beschreibung, ne? Und die kann man mal benutzen, um die, ähm, um die, naja, A-O-O-V-Celebron, weiß ich genau, wie man dich ausspricht. Ist ja immer schwierig mit den Nicknames auf Twitch, ne? Die machen das andere. Ähm, das ist schon die erste Empfehlung. Schauen wir mal, ob du recht hast, ja? Ähm, und zwar machen wir folgendes. Wir berechnen mal A3. A3, A3 ist jetzt eine Nebenrechnung, ne? Wir berechnen mal A3 mit der rekursiven Beschreibung. Was ist A3, wenn man die rekursive Beschreibung ansetzt, formelmäßig? Ja, A2 mal minus 3, ne? Jetzt brauchen wir A2. Was ist A2? A2 ist A1 mal minus 3 und das Ganze mal minus 3. Und ich rechne es jetzt nicht aus. Ich rechne es nicht aus, okay? Sondern ich lasse es so stehen. Und jetzt ist A1, das ist der Rekursionsanfang, ist gleich 2. Also 2 mal minus 3 mal minus 3. Also 2 mal minus 3 hoch 2. Jetzt rechnen wir mal A4 aus. A4 nach der rekursiven Beschreibung ist A3 mal minus 3. Ah ja, okay. A3 haben wir gerade ausgerechnet. Das ist 2 mal minus 3 Quadrat. Also ist das 2 mal minus 3 Quadrat mal minus 3. Also 2 mal minus 3 hoch 3. A5 ist A4 mal minus 3. Dementsprechend kommt gerade eine minus 3 dazu. Das hat da vorhin auch jemand geschrieben. Genau. Lorenz Bung hat das geschrieben. Im Endenschrift wird die minus 3 dann dran multipliziert immer wieder. Genau. Also 2 mal minus 3 hoch 4. Wenn wir uns jetzt mal die Formeln anschauen. Und zwar diese Teile hier. A3 ist das hier. A4 ist das hier. Und A5 ist das da. Da sind immer Teile gleich und Teile unterscheiden sich. Was ist überall gleich? In all diesen Berechnungen. Und was unterscheidet sich? Minus 2 mal und dann eine minus 3. Das ist überall gleich. Genau. Sehr gut, Niki mit K. Und es unterscheidet sich der Exponent. Der Exponent ändert sich. Also der Exponent ist hier 2, da 3 und da 4. Ich mache das mal farbig, um zu sehen, was sich immer ändert. Also hier ändert sich die 2, der Exponent, die 3 und die 4. Alles andere ist gleich. Und hier vorne ändert sich das N im Index. A3, A4, A5. Und jetzt kann man eigentlich direkt, wenn man das beachtet, die explizite Formel hinschreiben. Was ist nämlich, ich schreibe es jetzt hier oben, A, N ist gleich, ja, also was bleibt gleich? 2 mal minus 3. Und was muss ich in Exponenten schreiben? Bei A3 ist es 2. Bei A4 ist es 3. Bei A5 ist es 4. Naja, okay. Dann muss es bei A, N ja, N minus 1 sein. Hoch N minus 1. 2 mal minus 3 hoch N minus 1. Sehr schön. Valencia gar 0, 4. Genau. Ja. Und man sieht es auch an der Tabelle. Also jetzt haben wir etwas, vielleicht etwas umständlich uns die Formel hergeleitet. Man könnte es auch schon gleich an der Tabelle sehen. Wenn ich jetzt hier zum dritten Element will, zu A3. Was habe ich da? Ich habe 2 mal und dann minus 3 hoch 2. Wenn ich zu A5 will, habe ich 2 mal minus 3 hoch 4. Und so weiter. Also 2 mal minus 3 hoch N minus 1. Sehr schön. Wenn ich in Maya, war mal ein grander Bevorahniin. Ich habe das erste번ря chez übers. Ich habe das erste번cel.